Europa vor der Zerreißprobe Das Jahrzehnt seit Ausbruch der Finanzkrise ist für Europa ein verlorenes Jahrzehnt. Die Wirtschaftsleistung in vielen Ländern wie Griechenland, Spanien, Portugal und Italien liegt unter dem Niveau vor der Finanzkrise. Auch Frankreich hat sich nicht erholt. Hier ist die Industrieproduktion deutlich eingebrochen. In Deutschland ist die Wirtschaftsleistung leicht gestiegen. Die Arbeitslosigkeit liegt in vielen Ländern deutlich über dem Niveau vor der Finanzkrise. Nur in Deutschland ist sie deutlich gesunken. Zwar geht die Arbeitslosigkeit in vielen Ländern seit einigen Jahren zurück, aber die Schuldenstände sind immer noch inakzeptabel hoch. Das wird einer der Gründe sein, dass die französische Diplomatie so hartnäckig versucht, Deutschland zur Kasse zu bitten. Besonders deutlich wird das, wenn man die Eurozone mit den USA und China vergleicht, Während die Eurozone von 2008 bis 2018 um 3,1% geschrumpft ist, ist die Wirtschaft der USA um knapp 40%, die Chinas in Dollar gemessen, sogar um knapp 200% gewachsen. Da ist es ein schwacher Trost, dass Japan ebenfalls stagniert. Bis heute machen die Eliten weiter, was sei nichts gewesen. Im Gegenteil. Anstatt die dysfunktionalen und demokratiefeindlichen Institutionen der EU zu reformieren, satteln wir immer noch einen drauf. Über die Tage zwei Salden lieh alleine Deutschland im Süden rund eine Billion Euro. Finanziert werden damit keine Reformen, sondern Kapitalflucht, die aufrechte Haltung der aktuellen Misere und des Status Quo. Ganze Länder wie Griechenland werden vom Markt genommen, damit der menschenfeindliche EU-Zentralismus weiter wuchern kann. Und die Antwort darauf ist immer mehr Zentralismus. Bankenunion, Fiskalunion, Haftungsunion. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Der Spruch der alten DDR-Kader trifft auch auf die EU-Eliten zu. Fast scheint es, dass die Migrationskrise den Eliten in die Hände spielt, weil sie damit die Einzelstaaten weiter bis zur Unkenntlichkeit schwächen und den Zentralstaat stärken können. Die offizielle, regierungskonforme Version der europäischen Einigung ist eine Geschichte von immerwährendem Fortschritt, immer größerer Einheit bis hin zur Europäischen Union, dem besten Zustand, in dem sich Europa je befand. Wikipedia, ein Medium, das die Sicht der Herrschafts- und Funktionseliten verlässlich widerspiegelt und kritische Meinungen unterdrückt oder lächerlich macht, tut dies auch beim Themenkomplex Europäische Union. In einer Grafik zum Eintrag Europäische Union vereinen sich die vielen einzelnen Ansätze mit dem Vertrag von Lissabon zu einer einheitlichen Europäischen Union. Danach ist wieder einmal das Ende der Geschichte erreicht. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Tatsächlich sieht es ganz anders aus als in dieser Schönfärberei. Alle Orten erweist sich, dass die Bevölkerung in Europa genug hat von dem technokratischen und undemokratischen Spiel kleiner, abgehobener Funktionseliten. Überall zeigen sich Risse in dem unausgewogenen Kunstprodukt namens Europäische Union. Einer der ersten Risse war die britische Pro-Brexit-Entscheidung. Vor dem Referendum wurde ein massiver Propagandaaufwand betrieben, um das Vereinigte Königreich in der EU zu halten. Sogar der damalige US-Präsident Obama reiste nach London, um für einen Verbleib zu werben. Eine direkte ausländische Einmischung in innere Angelegenheiten, die ja in anderen Fällen viel kritischer gesehen wird, selbst wenn sie nicht bewiesen sind. Es half nichts. Die Mittelschicht und die einfache Bevölkerung, vor allem in England und Wales, wollten britische Souveränität zurück und insbesondere ihr Land wieder zum Souverän über die Migrationspolitik machen. Aber die Eliten, mehrheitlich für einen Verbleib in der EU, sind mit großen Finanzmitteln und massiver Propagandakraft ausgerüstet. In der TV-Sendung Markus Lanz gab ich dem Brexit deshalb bereits im Juni 2016 eine Chance von nur 50 Prozent. Seitdem spielt sich vor unseren Augen das Brexit-Drama ab, das mittlerweile die Regierung May verschlissen hat. Die Europäische Union beharrte auf einer weitreichenden Verhandlungsposition, vielleicht auch, weil die Eurokraten Angst haben, dass das britische Beispiel Schule machen könnte. In Parlamentssitzung nach Parlamentssitzung versuchte Premierministerin Theresa May dem Unterhaus einen von ihr ausgehandelten Kompromiss schmackhaft zu machen. Die FAZ resümiert, May, die zu Beginn ihrer Amtszeit mit Margaret Thatcher verglichen wurde, dürfte als respektierte, aber glücklose Premierministerin in die Geschichte eingehen. Das Brexit-Datum wurde im Laufe einiger heißer Verhandlungsrunden und einer umfangreichen Krisendiplomatie mehrfach verschoben. Doch das inszenierte Drama verfehlte seine Wirkung. Wenn sich Befürworter des Verbleibs in der EU etwas davon versprochen hatten, dass Großbritannien an der EU-Wahl im Mai 2019 teilnehmen musste, wurden sie in der Wahlnacht bitter enttäuscht. Nigel Farage, Gründer der United Kingdom Independent Party UKIP und politischer Vater des Brexit, hatte nach dem Referendum der Politik den Rücken gekehrt. Als er sein Lebenswerk bedroht sah, gründete er wenige Wochen vor der EU-Wahl die Brexit-Party und holte aus dem Stand 32% der Stimmen. Mays konservative Partei wurde mit 9% ins politische Abseits gestellt. Labour erhielt 14%. Großbritannien kann einer der Dominosteine werden, der das gesamte Gebäude von Brüssel zu Fall bringt, ganz wie ich es bereits im April 1998 an der Boston University skizziert hatte. Aber Großbritannien ist bei weitem nicht der einzige Dominostein. Ausgerechnet im EU-Kernland Frankreich gehen seit November 2018 die Gelbwesten auf die Straße, um gegen den selbstherrlich agierenden Sonnenkönig Emmanuel Macron zu demonstrieren. Macron, der in Deutschland fast so sehr wie Barack Obama als Heilsbringer verehrt wurde, hatte nach dem überwältigenden Wahlsieg seiner Bewegung, En Marche, sehr schnell auf eine Politik der neoliberalen Reformen umgeschwenkt, die vielen in Frankreich überhaupt nicht zusagte. Am ersten Protesttag, dem 17. November 2018, nahmen fast 300.000 Menschen teil. Es wurden 2000 Straßensperren eingerichtet. Die Gelbwesten, so genannt wegen der gelben Warnwesten, die die Demonstranten tragen, sind eine heterogene Bewegung aus Rechtspopulisten, Anarchisten, Linken und zuvor unpolitischen Bürgern in allen Landesteilen, die alle Anzeichen einer spontanen Graswurzelbewegung zeigt. Sie organisierte sich über die sozialen Medien. Viele Teilnehmer bekundeten in der Presse, noch niemals in ihrem Leben öffentlich protestiert zu haben. Präsident Macron geht zweigleisig gegen die Proteste vor. Einerseits führte er inszenierte Bürgerdialoge ein, bei denen er mit einem ausgewählten Publikum diskutiert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentierte, dass Jupiter vom Olymp herabgestiegen sei, den Bruch zwischen den Bürgern und den Eliten aber immer noch unter Schätze. Ausdruck davon ist, dass Macron die Polizei mit ungewöhnlicher Härte gegen die Gelbwesten vorgehen lässt. Die Demonstranten sollen mit Gummigeschossen in Schach gehalten werden. Auch die Antifa, der schwarze Block, mischt auf Seiten der Polizei mit. Im Februar 2019, drei Monate nach Ausbruch der Proteste, zog die Tagesschau eine Zwischenbilanz der Gewalt. 3.000 Verletzte unter Demonstranten und Sicherheitskräften. 82 Schwerverletzte. 20 Menschen verloren ein Auge. Vieren wurde eine Hand abgerissen. Zwischen November und März wurden 9.000 Demonstranten festgenommen. Die hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte fordert Frankreich auf, den exzessiven Einsatz von Polizeigewalt zu untersuchen. Im Mai erstatteten 30 Journalisten Anzeige wegen Polizei Willkür und Eingriffen in die Pressefreiheit. Präsident Macron ließ als Reaktion auf die Gelbwesten eine Bürgerbefragung durchführen und machte Zugeständnisse in Milliardenhöhe. Die Regierung beziffert sie auf 17 Milliarden Euro. Er hat eine Senkung der Einkommensteuer in Aussicht gestellt und einen höheren Mindestlohn. Zudem will er Volksbefragungen erleichtern und die Elite-Hochschule ENA abschaffen. Viele Gelbwesten bemängeln von diesen Maßnahmen profitiere die Mittelschicht, also Macrons Wählerschaft. Sie sehen Frankreich weiter als sozial gespalten. Ihr Hauptziel haben sie nicht erreicht, den Rücktritt Macrons, der für sie ein Präsident der Reichen ist. Im Juni 2019 kam die notwendige Anzahl von über 250.000 Stimmen zustande, um Macron wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch ein Bürgerbegehren anzuklagen. Nachdem die Proteste zum 1. Mai noch einmal in großer Stärke aufweilten, ist die Zahl der Demonstranten nach einem halben Jahr massiv geschrumpft. Allerdings halten sich die Proteste hartnäckig. Frankreich bleibt sozial und politisch gespalten. Ein Ende der Unruhen ist nicht in Sicht. Exzessive Polizeigewalt ist in den Staaten der Europäischen Union nichts Neues. Auch beim rechtlich umstrittenen Referendum für die Unabhängigkeit Kataloniens, das die Regionalregierung am 1. Oktober 2017 gegen den Willen der Madrider Zentralregierung durchführen ließ, ging die dem Zentralstaat unterstehende Guardia Civil brutal gegen eine friedliche Bevölkerung vor, um die Abstimmung möglichst zu verhindern. Bekannt, die Guardia Civil ist ein Relikt aus der Franco-Ära und hatte schon damals für Ordnung gesorgt. Es gab über 900 Verletzte. Sogar entschiedene Gegner des Referendums und der Unabhängigkeit sind entsetzt angesichts des brutalen Vorgehens, kommentiert der Spiegel. Im Osten scheren die Wiesegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn aus der gemeinsamen Flüchtlingspolitik aus und sind trotz Repressionen und Drohungen seitens der westlichen Staaten nicht umzustimmen. In den Mainstream-Medien wird vor allem Viktor Orban in Ungarn als ein Regierungschef hingestellt, der europäische Werte infrage stellt als eine negative Projektionsfläche. Menschen, die Ungarn kennen und sich dort häufiger aufhalten, berichten hingegen von einem freundlichen, geordneten Land, in dem Orban große Zustimmung genießt. In Italien kam 2018 durch ein Querfrontbündnis, eine Regierung von linken und rechten Populisten ins Amt. Seitdem befinden sich Europäische Union und Italien in einer Dauerfede. Die Regierung Giuseppe Conte und Matteo Salvini beendete zwischenzeitlich durch ihr Veto die unsägliche EU-Schleppermission im Mittelmeer. In den deutschen Medien wird die Politik der Regierung sehr kritisch kommentiert. Fakt ist, dass die Zahl der Toten im Mittelmeer von 5100 im Jahr 2016 auf 3100, 2300 und 600 im ersten Halbjahr 2019 gesunken ist. Aber nicht nur in der Flüchtlingspolitik, auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik sind die Reibungen mit Brüssel unübersehbar. Bereits im August 2019 traten Salvini und seine Liga wieder aus der Regierung aus. Diese EU ist am Ende. Deutschland hat daran eine Mitschuld. Die gegenwärtige Misere ist auch darin begründet, dass das bevölkerungsreichste Land Europas seine eigenen Interessen nicht klar definiert hat und seit Jahrzehnten darunter leidet, dass es eine gewohnheitsmäßige Vermischung von deutschen und europäischen Interessen gibt, so der britische Deutschland-Experte Timothy Gordon-Ash. Wer aber seine Interessen nicht kennt, ja gar nicht kennen will und demzufolge auch nicht verteidigt, der wird dafür nicht geliebt, sondern ausgenutzt. Und vielleicht sogar verachtet. Immer wenn von Deutschland international zum Beispiel mehr Leadership gefordert wurde, konnte man sicher sein, dass es um deutsches Geld geht oder darum, dass Deutschland weitere Rechte abtritt. In Italien, Frankreich, Großbritannien, wo sich das Brexit-Drama hinauszögert und der Kampf immer härter wird über Deutschland, wo die Alternative für Deutschland in den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg zweitstärkste Kraft wurde und etlichen anderen Ländern rumort es. Der Kontinent steht vor einer Zerreißprobe. Die alten Rezepte helfen nicht weiter. Die Menschen in Italien, Großbritannien, Polen, Ungarn, Katalonien, Frankreich und zunehmend auch in Deutschland sagen Nein zu den menschenverachtenden und völkerfeindlichen Praktiken des EU-Apparats.